Herzlich Willkommen in der Klaus 11.12. Es ist nun an der Zeit für ein AMD vs. Nvidia Grafikkarten Battle. Viele Leute haben nach diesem Video verlangt und somit habe ich mich dafür entschieden, ein solches auch zu machen. In diesem bestimmten Video werden wir uns die allumfassende Leistung inklusive synthetischer Benchmarks, Spieletests und den Stromverbrauch ansehen. Wenn ihr die Spieleleistung sehen wollt, dann schaut euch einfach die AMD vs. Nvidia Spieleversion dieses Videos an. Dann ist da auch noch die Benchmarks Version, wo synthetische Tests zu sehen sind. In diesen Videos zeige ich euch zwei Bildschirme auf beiden Seiten mit identischen Systemen außer der GPU. Eine GPU wäre die AMD Radeon R9 92X und die andere die Nvidia GeForce GTX 87. Als CPU werde ich den Intel Core i7 4770K Prozessor verwenden. Zu beachten ist bitte, ich bin hier nicht derjenige, der beurteilt, welche Grafikkarte die bessere ist. Alles was ich hier mache ist, euch die Testprozedur so gut wie nun möglich zu zeigen. Am Ende entscheidet ihr, welche Grafikkarte die Gewinnerin ist. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal.